Guck mal, wo ich alles gut bin. Ja! Ah, ihr Länder! Wie auch siehst du das? Kleine Mohnen? Ja, aber ich brumiere in... Wie ist es? Zaun rundherum? Gleich setzen wir aus. Jetzt! Wir sind noch nicht unten, ne? Wir sind noch nicht unten. Jetzt haben wir auf das Essen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flughafen von Antalya. Bei der Leipzig zu ihrer eigenen Sicherheit noch so lange angeschnallt sitzen, bis wir unsere endgültige Position erreicht haben und auch die Triebe...